UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Uderzyła po skosie Bardzo chytrze Maja Ognie Nowicz Das war die Rivalität. 9-6 und er ist nicht wichtig für die Gegenteil. Das ist Agnenovic, man kann nicht über ihn vergessen. Das ist die zweite Änderung für dieses Spiel und wie viele Emotionen erinnert. zu meinem Kanal. Und auch fühle sich sicher zu meinen anderen Videos und zu unterstützen mir auf meinen Socialen Medien. Ein huge Hugs und bis zum nächsten Mal, Leute!